Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Monaco Deluxe. Heute bei meinem ersten von Amelia Around Video und neben mir sitzt Robert alias Chantal G. und wir machen uns auf den Weg zum CSD nach Regensburg. Wir sind jetzt hier angekommen im Hotel Goliath in Regensburg und Leute, diese Aussicht aus dieser Terrasse muss ich euch einfach mal zeigen. Einfach nur der Hammer. Ja, das waren ein paar Einblicke aus der Stadt. Jetzt geht es wieder zurück ins Hotel. So ausgeschlafen geht es jetzt weiter, also hier im Goliath, wenn ihr mal gucken wollt. Superschönes Zimmer, direkt in der Altstadt. Machen wir doch gleich mal einen Wettercheck, was uns heute der Tag so erwartet. Ich glaube, der Tag wird super und jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Jetzt gehen wir zum Haltplatz. Dort treffen wir gleich Chantal G. also Robert, mit dem ich hier nachher gefahren bin. Und am Haltplatz werden wohl die Feierlichkeiten stattfinden. Die ganze CSD-Parade wird von da aus auch starten und da schauen wir uns einfach mal hin. Jetzt am Haltplatz angekommen ist auch schon, also jetzt Chantal G. zu Robert angekommen und wir machen uns auf den Weg zur Parade. Den ganzen Film zur Parade und auch zur Bühnenshow, vielleicht auch mit dir, oh mein Gott, nachher im Video verlinke ich euch hier. 시 Bevor es jetzt nach der CSD in den Club geht noch kurz ein kleiner Warm-up-drink an der Hotelbar. Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Fragen, Feedback, Wünsche gerne in die Kommentare. Und folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Und natürlich abonniert uns. Hier einfach auf den Button klicken, damit wir auch in Zukunft tolle Videos für euch machen können.